Es ist ein bisschen härter gegen Uruguay. Das muss schon Uwe Seeler im Viertelfinale in Sheffield erfahren. Eine Wache von Horacio Troche und auch den anderen geht's nicht besser. Zwei Platzverweise für die Urus und ein Spaziergang ins Halbfinale für die Deutschen. Beckenbauer 2 zu 0. Seeler 3 zu 0. Haller 4 zu 0. Vier Jahre später Wiedersehen in Mexiko. Spiel um den dritten Platz. Seeler, Müller, Obrad. 1 zu 0. Dabei bleibt's. Dann trifft man sich wieder in Mexiko. Ein kapitaler Bock der deutschen Mannschaft eröffnet Antonio Alzamendi. Ungeahnte Möglichkeiten. Vorbei ein Schumacher und ein Wembley-Tor. Aber diesmal hat der Schiedsrichter gut hingeschaut. Aber wie so oft kommen die Deutschen zurück. In letzter Sekunde. Klaus Alofs. Und Alofs! Und das Tor! 1 zu 1. Endlich haben sie's geschafft!